Herzlich Willkommen zu unserem ersten ID-Süd-Farmor-Club, gemeinsam mit Taigan. Taubenfarben-Graub. Er ergänzt super diese Vorspeilung. Lass uns schmecken. Also das ganze Ambiente hier, wie so ein Gala-Dinner. Es schmeckt wahnsinnig gut. Also alles. Bis auf die Nachspeise, wir wissen es noch nicht. We'll keep you updated. Hat mega gut geschmeckt. Es war großartig.